Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Rocket League, wo wir in diesem Part mit dabei sind. Und ja, wir uns jetzt verprügeln lassen werden, weil ich einen sehr recht hohen Rank habe. Ich gar nicht geübt habe. Ich habe, wenn das auch einen anderen Wagen, diesen was. Und draußen sollte es auch noch regnen. Also perfekt, um einen Part aufzunehmen. Um es mal so zu sagen. Nein. Ich muss ja auf den anderen gehen. Ich hoffe, der andere schafft da was. Wir sind noch hoch. Wow. Das ist kaum zu fassen, aber das ist halt das Niveau von Challenge Elite. Muss das sein. Oh. Wow. Alter, das ist ja nicht mal eine Wucht, Alter. Und er dachte sich dann so, what the fuck is going on. Ich dachte auch, da würde er irgendwie anders zurückprallen, aber nee. Ja, dann müsste, ja, dann habe ich gezeigt, dass ich halbwegs skill habe. Halbwegs. Wobei dieser Schuss mich selber überrascht hat, dass er so reinging. Dann hätte ich jetzt nicht an Jan so gedacht. Wow. Oh, scheiße. Ich hätte... Also es gibt noch ein paar Moves, die ich noch nicht drauf habe. Leider. Wo ist denn unser Teamkollege? Okay, er geht ran. Das ist gut zu wissen. Ah, scheiße. Das war richtig so ein Anfänger-Move. Okay, gut. Dann hat er. Das ist wichtig. Also wir spielen jetzt ein bisschen safe natürlich nach dem 1 zu 0. Oh, scheiße, Alter. Wie kann man so... Ach, das ist doch das, was ich letztens halbwegs gut kann. Dieses selber nochmal auflegen und dann nochmal nachsetzen. Schade. Jetzt spiele ich den hoch. Ich hoffe, der andere... Oh, scheiße. Oh, Gott. Das war knapp. Ich bin hier rein. Ah. Scheiße. Schnell zurück. Ich gehe da nicht dran. Ich spiele lieber normal... Oh. Guter Schuss. Wow. Tja. Das ist krass. Und wenn das mal einfach mal die Türe zu... Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Gott. Ich bin viel zu spät. Oh, Gott. Ich habe die Kopfhörer nicht mal aufgesetzt. Oh, Gott. So, sorry. Alter, ihr müsstet jetzt sehen, wie ich gerade da stehe. Alter, ich kann immer noch meine Kopfhörer nicht richtig ausdenken, wie ich es will. Okay. Oh. Wie da geht? Ach, du Scheiße. Ich spiele immer noch behindert. Ich will doch noch... Komm, du gehst da dran. Ich stehe dann hinten. Oh. Kurz mal neu ausdenken. Migo ist endlich wieder in Spielpose. Wow. Warum auch immer ich das jetzt alles gemacht habe. Ne. Der Ball geht hier nicht durch. Ne. Also, da kannst du mich mal. Oh. 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 Aber den hat er... Ah. Sorry. Oh. Das war so dumm. Oh. Den so schwach zu versetzen. Okay. Da geht er schon dran. Ich geh. Oh. Ist das zu fassen. Ist das ärgerlich, ey. Ist das... Okay. Okay. Der wird... Übelst scheiß. Was ist das? Alter. Ah. 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 Oh. Okay. Den hat er wenigstens. Wir haben noch eine Minute. Okay. Ich kann ihn wenigstens ohne Probleme ganz weit vorspielen. Er hat ihn recht gut geschossen. Aber schon wieder. Unglaublich. Also. Das andere Team ist echt... Ach gut. Gut, dass er den nochmal so rüber... Ich bin da. Gott. What the hell? Ich kann damit nichts anfangen. Oh, Alter. Zum Glück hat er... Okay. Den hat er übelst verkackt. Macht er auch nichts. Und dann noch da rein. Und dann sollte er so langsam das Match... Immer noch... Okay. Ja, hat's. Oh Gott. Das war... Das war ultra riskant. Beide dran gehen zu lassen. Nein. Gehe ich nicht dran. Okay. Da springt der Ball weg. Ah. Lass ihn runter. Oh. Oh. Die. Die. Knapp. Alter. Ach du Scheiße. Was war das für ein Spiel? Ah. Ja gut. Wir sehen natürlich jetzt gleich noch ein weiteres Match. Alter. Verwalter. Man sieht, dass ich so langsam überall... Mich durch die Challenger durchsetze. Anscheinend komme ich langsam doch in den Blue Rank rein. Was nicht gerade schlecht wäre, weil ich schon ein bisschen mehr Skill habe als davor. Ich spüre es. Bis doch jetzt war ich gerade aufgelegt. Aber dafür, dass es trotzdem meine erste Runde an dem Tag war, kann sich sehen lassen. Dafür, dass ich keine festen Teammitglieder habe, kann sich sehen lassen. Oh. Ahahaha. Ah! What the hell? Da hätte ich ihm noch fast reingedankt, Alter. Das wäre es gewesen, wenn er es getan hätte. Aber der Fake-Out hatte einiges gebracht. Ich sag mal, ich habe ihn. So, das habe ich nämlich auch genannt. Besser das Sagen. Ich habe mal... Das war schade. Oh Gott, das... Habe ich mir einfach nicht zugetraut gerade. Manchmal traue ich... Also, der Wagen ist noch recht neu. Also, ich weiß, dass ich ihn ganz damals auch benutzt habe. Er ist halt in der Zwischenzeit wieder recht neu. Ja. Besser wieder erbärmlich. Ich bin mit meinem Großvater zusammen, so wie es aussieht. Dann lasse ich den. Lasse ich alles. Oh Gott. Nicht schon wieder. Miro, bitte. Hör endlich auf mit einem Fell nach dem anderen. Okay. Passt alles. Huh. Zum Glück war ich da noch da. Alter, die Steam ja all den... Boost. Oh Gott. Was passiert, wenn man gar keinen Boost macht? Guter Pass, Alter. Da sieht man zum Beispiel, glaube ich, den Unterschied im Vergleich zu damals. Dass ich solche Schüsse wenigstens auch halbwegs gut, äh... Ja. Gerade so noch reinhauen kann. Das war zum Beispiel damals nicht so. Das weiß ich noch. Und wenn ich mir so gerade so den zweiten, ersten, dritten, vierten... Party weiter gucke, dann denke ich mir so... Yo, Alter. Okay, der geht daneben. Oh, den haben wir. Ich hab gar nichts mehr. Danke. Ich brauche Boost, Alter. Oh. Ich brauche fucking noch mal Boost. Oh, danke. Oh. What the hell? Hä? Wie hat er das denn geschafft? Als ob das ein Pass war. Wow. Also wir gewinnen gerade anscheinend nur durch Glück ohne Skill. Ja, guck mal hier. Okay, der Schuss vorhin war Skill und Glück gleichzeitig. Wenigstens etwas. Und man noch ein bisschen anders... Woran ich vielleicht ein bisschen noch arbeiten kann und muss, ist vielleicht noch mein Boost-Management zum Tag... Oh, knapp. Alter. Hätte... Na gut, was erwarte ich denn mit solch einem Schuss? Ich meine, der war ja eindeutig. Grandpa. Grandpa, du schaffst das. Ich lass dich mal. Grandpa, drippling! Ich bin wieder nämlich zurück zum Octane gegangen. Okay, da passt alles. Lass ich ihn. Also bis da habe ich auch... Okay. Zum Glück war der da. Okay, da geht er. Also anscheinend haben wir doch noch... Also wir... Es ist halt das Wichtige, dass man natürlich... Weil die Spieler ab hier haben ja alle irgendwie Skill. Man muss halt bloß so miteinander... Kommunizieren in einem Sinne. Und... Das ist bei ihm hier auf jeden Fall... Gott. Hä? Nimm, kommt er, oder? Ja. Ich spiel grad gar nicht. Tut mir leid. Alter, ich spiel grad echt gar nicht, Mann. Das ist so geil. Da braucht man... Oh, Mann. Ach, du Scheiße. Als ob... Ach, da kann man doch nicht mehr so extrem schnell aufsteigen. Ist das was... Aha. Sonst konnte ich bisher immer so... Jedes... Mit jedem Sieg irgendwie sonst auf... Er hat mich gecarried. Okay. Ich fand, er hat mich gecarried. Weil er hat die wichtigen Aktionen... Ja, aber ich weiß, er hat nicht viele Punkte bekommen, aber... Er hat die wichtigen Aktionen gemacht. Damit ich, äh... Das ist das Wichtigste. Und ich mein, ohne ihn hätte ich das nie im Leben geschafft. Kann ich schon mal so sagen. Schade. Oh Gott, wir haben da einen ESL-Gru... Nein, wir haben Season 2 Grand Champion hier. Oh Gott. Sorry. No problem. Ich brauch auf jeden Fall Boost. Wow. Das ist gut. Das ist gut. Den hat er aber echt gut reingehauen. Oder der andere recht schlecht verteidigt. Der andere hat es übel schlecht verteidigt. Das ist aber kein Problem. Rocketeer ist ein Season 2 Grand Champion. Gegen Grand Champion habe ich bisher so noch so eine Halb-Halb-Sache. Ich weiß nicht. Das sind leider sehr arg da hinten. Scheiße. Er sieht mal, er hat die Erfahrung. Sorry. Das war meine Schuld, dass ich unbedingt zum Tor gehen wollte. Da sieht man die Erfahrung eines Grand Champions. Da sieht man, wie man arg genutzt wird, Alter. Was? Nein. Oh, oh, oh. Nein. Jetzt geh ich nicht dran. Jetzt geh ich dran. So. Oh Gott. Was ist das? Kein Boost? Oh oh. Okay, okay. Alles gechillt. Gar nicht mal das Aufregen. Alles ist noch im Eimer. Im Eimer? Dann ist das schlecht. Mein Butter. So, noch in die andere Richtung. Warum ist der andere da? Was macht er? Ja, warum wohl gibt's nicht? Du bist mit mir gewesen. Mann. Ja, was erwartet der? Vertrau doch mal wenigstens deinem Team. Okay. Ich kann verstehen, dass das ein bisschen problematisch wird. Oh Mann. So, den restlichen Boost brauchen wir. Okay, er hat richtig gemacht. Gott im Himmel. Was tue ich da nur? Spielt's, äh, natürlich. Okay. Okay, ich kann hier wenigstens... Jetzt kommt Spielen runter. Oh, was macht der andere? Mann, ich bin vorne. Ich versteh's noch nicht. Gerade im 2 vs. 2 sollte man so nicht spielen. Okay. Aber ich bin auch nicht wirklich gut. Guter Pass, das war... Der Pass. Ich musste halt nur noch abschließen. Ach du Scheiße. Okay. Wir müssen jetzt nur noch gechillt sein. Wir müssen jetzt nur noch strategisch... Und dann wär's zugesehen. Der erste Sieg gegen überhaupt... Einen Grandmaster. Das war scheiße von mir. Kein Problem. Das war nicht schlecht. Das war wenigstens gut genug verteidigt. Ja, auch auf jeden Fall nicht so nah dran. Ich glaub, wir beide haben Respekt jeweils. Oh, Mann. Nein, der geht auch nicht da entlang. Alter, ich hätte echt früher dran gehen sollen. Also da merke ich... ...dass ich bestimmte Aktionen hätte früher machen sollen. Und ich muss halt irgendwie... Alter, der ist echt nochmal dran gekommen. What the fuck? Oh, Scheiße. Sorry, sorry, sorry. Fuck. Alter, ist das so ein Mad. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich will nicht... So, wenn dann lieber Risky. Risky. Okay, der geht hoch. Das ist nicht gut. Ich bin nächstens da hingegangen, nur um den schnellen Ball abzuwehren. Und das hätte ja geklappt. Das machst du, ne? Oh, Gott. Jetzt komm, beweg dich. Scheiße. Warum bin ich so scheiße? Ich hatte einfach nur hochgehen sollen. Oh, ich hatte nur hochgehen sollen. Nur früher hoch. Da hätte alles geklappt. Ei, 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 ei. Oh, Gott. Oh, Gott. What happens? So. Macht er noch was? Ach so, ich so schieße. Alter, als ob die... Nee. So. GG. War trotzdem GG. Also... Ich muss sagen, gegen Grandmaster spüre ich so langsam... Habe ich doch noch wenigstens vielleicht eine Chance in der Zwischenzeit. Was gar nicht mehr so arg schlecht ist. Alter, wie unfair das ist. Spiel machen gegen... Loan. Fair. Voll fair, Alter. Was haben wir denn geschafft? What the hell? Gut, dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr diesen Part dabei wart bei Let's Play Rocket League. Und das war wirklich ein mega geiler Part. Dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und man sieht sich zum nächsten Part. Vielen Dank und ciao. Johto! Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020